Bravams, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich bin glücklich und gleichzeitig so stolz, euch mit sein zu dürfen, dass Bracke ab heute der Marktführer im deutschen Eistee ist. In einem halben Jahr haben wir geschafft, alles auf den Kopf zu stellen. Ich danke jedem von Bram Musik, an mein ganzes Team, die alle mitarbeiten, die jeder, wir ziehen alle an einem Strang und kämpfen alle zusammen. Danke an die Jungs von Dietz, die monatelang da mit uns sitzen und den Geschmack so testen, bis der perfekt ist. Ich danke euch alle, ich liebe euch, ich bin übertrieben stolz und sprachlos. Was wir auf die Beine gestellt haben, das ist doch übertrieben krass. Ich liebe euch, schöne, schöne Grüße, Berlin-Lebra-Musik. Ich liebe euch, schöne, schöne Grüße, Berlin-Lebra-Musik.